Komische, oh, lalalala, keine Ahnung was ich singe, ich versuche mich nur wieder jetzt in Stimmung zu bringen. Denn gleich kommt der lustige Tütenmann. So, ich guck mal kurz weg. Wegen eines Tipps aus der Community, der aber so nicht stimmt. Ah, wenn man sich hinhockt, stirbt man. Das sind ja die besten Tipps in den Kommentaren. Vielen Dank dafür. Also es gab zwei Tipps. Der eine Tipp war, guck ihn nicht an, dann kommt er nicht. Der zweite Tipp war, wenn du dich hinhockst, tut er dir nichts. Das sage ich abends auch immer, bei Damenbesuch. So, jetzt erstmal hier laden. Wo sind wir denn? 2.15 Uhr, das war glaube ich der aktuelle.